So, willkommen zurück zu Let's Play Ace of Spades. Nach diesem kleinen Wutausbruch, der das letzte Video schön beendet hat, haben wir jetzt hier ein neues und ich hab hier die Pro-Gamer-Waffe, mit dem sie mich die ganze Zeit umgekämmt haben, die Shotgun und kann's kaum erwarten, dem Gegner eins auf die Fresse zu geben. Das könnt ihr mir aber glauben. Ich kenne die Merpil, keinen Meter, ich weiß nicht, wo's langgeht. Aber ich hab das Gefühl, ich... Team-Kollega, ich sterb so gleich, aber... Ich hab das Gefühl, gleich kommt aus nichts ne Kugel und ich bin tot. Ist da jemand? Verdammt. So. So, jetzt... Boah, ey, ich war doch so ne Knapp. So, meine Team-Kumpels kämpft mir so dumm rum, du. Ich merk mich hier, du heißt Kamil. Bob down. So. Jetzt, äh, ja. Gehen wir mal los. Ja, frisst das, du böser Berg. Oh Gott, da hat das Telefon geklingelt. Ich hoffe, man hat den Cut jetzt nicht bemerkt. Hier im Haus hat man echt nie Ruhe. Ey, alle wollen was von mir, Mongos, ey. Wenn ich anrufe, gehen sie nie ins Telefon. So mag ich's. So, frisst erst mal die Granaten. Den harten Schiff, wenn ihr so wollt. Da ist jemand. Da ist er. Da ist er, der scheiß Suchti. Ein Suchtkind. Soll er sich ein Hobby kaufen. Was? Der Block ist verschwunden. Ach ja. Steht er immer noch da? Hast du nichts anderes zu tun? Bob down. Der gefällt mir, weil er Bob down heißt. Verreckte, böser Baum. Du bist dran schuld. Ja. Was? Unzerstörbar? Wollen die mich verarschen? Laufen wir mit... Halt. Was? Von wo? Wieso bin ich sofort gespawnt? Egal, egal. Man sieht, hier war der Entwickler mit viel Liebe daran, die Map zu machen, ey. So richtig schön originalgetreu wurde die gehalten. Was? Von wo? Scheiß Camper da oben im Dach. Boah, der steht immer noch da. Der verkloppt sein Kumpel, so kürzlich. Ah, nein, ich hätte doch miterleben wollen, wie sie das jetzt gemacht haben. Da sind sie. Ah ja, der Blau ist gestorben. Jetzt erst recht. Ja. So, ähm, wenn ich das Video hochlad, ist auch mein Let's Play mal anderes laufendes von The Great Triggers Pudding Panic schon beendet. Und, ähm, ich muss wirklich sagen, ich hab mich wirklich gefreut. Und, ähm, mir hat sogar der Entwickler eine persönliche Nachricht geschrieben, wie es ihn ehrt, dass er mein Spiel let's playen kann. Also, dass ich sein Spiel let's play. Also, ähm, ich kapiere zwar nicht, was daran Ehre sein soll, dass ich was let's play, aber danke schon mal an die Nachricht, gell? Wow. Abgrund, der fliegt jetzt hoffentlich rein. Verdammt. Und ja, das hat mich irgendwie schon gefreut. Könnt ihr auch mal reingucken? Ist ganz gut geworden, hab ich's Gefühl. Oh, nein, da fehle ich nicht so viel wie in dem Spiel. Oh Gott, oh Gott. Boah, ey, wieso, war es so eine zerstörbare Wende? Wollen die mich verarschen? Jetzt unterlaufe ich die, aber ich hab das Gefühl, das war eine richtig schlechte Idee. So, ähm, leistes Gefühl. Hier, hier tobt der Krieg. Oh, jetzt packen sie in harten Shit aus, ey, die scheiß Endzuchtkinder. Was? What the hell? Oh, eiskalt, habt ihr gesehen? Oh, dein Kill? Oh, dein Kill? Komm nur durch die Tür, ich warte. Ja, ich schmeiße mit Granat nach mir, hat er keine Hobbys? Nein! Oh Gott, Alter. Egal, egal, ganz ruhig bleiben. Ich will keine weiteren Ausraster. Und, ja, jetzt... Nein, ich bin kein gestörtes Kind. Äh, ja. Sorry, ich hab ein bisschen Schnupfen. Ich hoffe, das merkt man jetzt nicht allzu sehr. Also nicht wundern, wenn von mir mal ein bisschen länger keine Kommentare kommen, weil meine Nase ist zu. Da, ja. Uh! Da, jetzt, fress das. Ich weiß, das hab ich so fünfmal heute gesagt. Mir hat nie was gebeliegt. Wo sind sie? Zeigt euch. Da. So, äh. So. Da ist er. Da kam er da rum. Was? Von wo? Wenn ich noch einmal den Kamel da dumm rumstehen sehe, ey. Ich schwör. Ich raste so aus. Das ist jetzt nicht jetzt, was ich gemeint. Oh, Gott. Äh, ja. Übrigens wollte ich eigentlich, dass die Crysis Wreckage, Let's Play, das ist ein, eine Erweiterung zu Crysis, aber ist dann doch als Standalone. Erweiterung rausgekommen, fragt mich warum. Die kann man sich gratis downloaden von, ähm, ja, Chip.de oder irgend sowas. Und ja, das macht echt viel Spaß. Aber da gibt's ein Problem. Ähm, scheiß Crytek, so heißen die Entwickler, haben da eine Frapsicherung eingebaut. Also, man kann nicht Multitasking mit dem Spiel machen. Also, auf gut Deutsch, kein Fraps während Spielen. Was weiß ich. Oh, leck mich doch. Kein Skype-Telefonat während Spielen oder sonst irgend so'n Scheiß. Ja. Ich suche nur den Samal oder wie der hieß. Äh, ja, sonst wäre das echt toll geworden. Das Spiel ist echt gut. Und ja, ist ja kein Problem. Ich mein, wir sind ja nicht ganz solche süchtigen Kinder, wie die ganzen gegnerischen Camper. Ich mein, wirklich, Leute, wie kann man in diesem Spiel hier campen? Indem, ich mein, im Battlefield oder COD, keine Ahnung, was ihr spielt. Da versteh, da find ich's mir auch scheiße, aber da versteh ich's irgendwo, wenn's jemand einfach nicht drauf hat und sonst keine Kills bekommen. Aber in diesem Spiel hier, wow, wow, in diesem Spiel, ey. Was? Ich hab's nur fünfmal davor getroffen. Aber ganz ehrlich, in dem Spiel zu campen, ne, ist echt das Dümmste, was man machen kann. Oh, wow, oh, dieses, alter, ist der gut. Und ich nehm jetzt auch diese Pro-Gamer-Waffe. So, aus dem Weg, Leute. Warte, da schmiert grad Dreck in mein Bildschirm. So, jetzt geht's wieder. Ja, nein, nicht der Trick, den ihr jetzt schon wieder denkt. Boah, und dieses Visier ist auch perfekt, ey. Hätten wir nicht wenigstens so eine Art Sniper-Visier machen können? Lalalalalala. Ne. Äh, ja. Und vor allem dieses realistische Blut, gell. Uh. Und jetzt, 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 jetzt. Jetzt gibt's was machen. Und ja, ohne Witz, ich hab mir außerdem noch überlegt, dass ich vielleicht ein Video mit Tipps und Tricks oder sowas, oder Fakufuck, oder wie das heißt, F-A-U, ja, Fakufuck. Vielleicht zu diesem Spiel hier, ich weiß, was ihr seht, ist nicht grad berauschend, aber dann zeige ich, wie man's eigentlich machen sollte und nicht ganz so schlecht spielen, wie ich grade. Und meine Freunde verrecken auch grad, weil halt Online-Kumpels, wie man ihn nennen will. Und ich glaub, das ist sogar Capture the Flag. Ich hab grad keine Ahnung von dem Spielmodi in dem Spiel, ja. Ich mein, hier gibt's keine EP, keine Kill-Serien, keine Chopper-Gunner. Hier gibt's einfach nur Blöcke. Eigentlich schade, sonst wär das Spiel viel besser als jetzt, aber ist trotzdem ganz gut. Sorry. Und ja, ich hab's Gefühl, da kommen gleich welche, ey, ich hab so'n Gefühl. Da, frisst das. Ja, schluck, nimm das. Fak, 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 runter mit dir. Da, was? Aber ich hab noch mal gekillt. Wuhu, wuhu. Verdammt, stimmt mal weg. Aber ehrlich, Leute, wuhu. Und immer an dem gleichen Spawn, alter. Kotz mich an. Ja, nix passiert. Hm. Und ich kann auch nicht rennen, so wie in Minecraft, alter. Das wär so eine Bereicherung. Wahrscheinlich patchen die lieber irgendeine Waffe runter. Hm, ja. Da, ich warte. Nein, da ist echt keiner. Und boah, Mann, es regt mich irgendwie auf, dass ich das Spiel keinem wieder kann. Aber ist ja nicht mein Problem. Wieso schmeißt du meine Dreckskumpel mit Granaten nach mir? Oh, Gott, ey. Was für ein Basta. Was für ein Basta, ey. Das gibt's nicht. Jetzt kommt eine Rache. Meine unglaubliche Rache. Und mit deinen Hobbys. Alter, Mann. Ja. Da, steht er irgendwo da. Komm, schluck das. Verdammt, da ist es gleich wieder um die Ecke. Wetten wir. Das scheiß Eck und Penner da. Du musst besseres zu tun, als ich dahin zu kämpfen. Halla, solche Leute hasse ich, ey. Solche Leute. Könnte mich gerade ausrasten. Wo bin ich jetzt? Ja, ich bin an so eine Grube gefallen. die seine dreckige Mutter gemacht hat. Was? Was zur Hölle? Ja, mein Kumpel ist auch tot. Das passt. Oh, da sind sie. Da sind sie. Getarnt unter blauen Blöcken. Wie gemein. Aber der auch hält. Und jetzt komme ich ja mit einer ganz neuen, miesen Taktik, ey. Ich schwöre, ich baue mir sowas von einem Sniper-Turm dahin. Hab zwar keine Sniper, aber... Stirb, du Entzuchtkind. Ja, da guckt er sich dumm um, gell. Aber vorher mit Granaten nach mir schmeißen, gell. Das ist ja okay. Das ist ja normal, nach seinen Kumpel mit Granaten zu schmeißen. Das ist... Braucht ihm niemand was einzureden. Super, was er da macht. Da ist so ein Suchtkind. Oh, ein Kill ihm hinlegen, Mann. Wissen Sie ja schon, die... Oh, die... Da, da ist er. Lebt er noch? So, erstmal... So, mauern wir uns mal fett ein. Ja, habt ihr schon hier eine geile Taktik entdeckt von mir, hä? Oh, jetzt habt ihr das ganze Schlachtfeld im Überblick. Und da steht einer. Na, pimmelt er sich rum. Guckt, Leute, ich hab hier das ganze Schlachtfeld und bin dann auch noch extrem gut gedeckt. Ja, kommt halt mal. Da war was. Hab's gesehen. Äh, was für ein Ding? Steht da unten. Ich hab keine Ahnung, was das heißt. Wahrscheinlich heißt das einfach, kommt mal...